Keine 24 Stunden sind rum, wir stehen schon wieder an gleicher Stelle. Ja, der Täter kehrt immer an den Ort zurück mit unseren Legenden Klaus Fischer, Rüdiger Abramczyk an meiner Seite. Schön, dass ihr da seid, schön, dass wir reden können. Weniger schön, wie es gestern ausgegangen ist, 0 zu 2 gegen Freiburg. Jetzt nicht völlig unerwartet, aber Klaus, wie hast du dann die Kräfteverhältnisse gesehen? Ich glaube, das ist ein verdienter Sieg der Freiburger, weil die haben ja noch die eine oder andere Möglichkeit gehabt, wo der Schmoloff wirklich gut gehalten hat, die Bälle. Aber man sieht, das ist eine eingespielte Mannschaft, die haben gute Leute in ihren Reihen, da passt alles. Deswegen stehen sie auch oben. Und der Trainer, zehn Jahre habe ich gelesen, ist ja in Freiburg und der hat in Freiburg alles im Griff. Da bin ich überzeugt von, wahrscheinlich von der Jugendmannschaft bis zu seiner Truppe da oben. Und ja, man muss den Hut von ziehen von Freiburg und der Sieg war verdient. Auch wenn wir wieder mal nicht so dabei waren, gerade beim ersten Tor, muss ich sagen, man sieht die Entwicklung. Und wenn ich das nicht sehe, wenn ich fehlern platze, aber wenn ein Griff von links nach hinten spielt, auf der linken Seite und seine Christus Stärke ist, von links nach innen zu gehen und auch die Bälle, hat er öfter schon gemacht, ins Eck zu schnippeln und da hat er viele Tore gemacht. Aber, da muss ich wieder sagen, das muss ich erkennen, ich muss wissen, der wird darüber sprechen, wer spielt da auf der linken Seite. Ja, dann lasse ich ihn da vorbei, wo er ungefährlich ist und nicht da, wo er gefährlich ist. Und dann, da haben wir wieder nicht aufgepasst und, oder vielleicht wissen sie gar nicht, dass er das so macht, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Wir sind ja nicht dabei, aber das sind solche Sachen, da führen die 1-0 und ja, die stehen ja kompakt, die lassen nicht viel zu. Wir haben ja, welche Torschauern gesagt haben wir, hatten wir eine? Drei bessere, ja, der Chalanolu, der knapp drüber schießt, Moor am Ende knapp daneben und die größte Kraus, wo der so unter dem Handschuh erst durchrutscht, aber dann liegen bleibt. Da wäre es 1-2 gewesen, da wäre ja nochmal eine Viertelstunde Brand in der Hütte gewesen. Abi, wie hast du das gesehen von den Möglichkeiten, die die Mannschaft in dieser Saison gezeigt hat und das, was dann jetzt beim Spiel gestern gezeigt wurde? Ja, man muss erst mal sagen, dass er so ein bisschen mit Karamann, den hat er ja mal getestet, der hat die ganze Zeit überhaupt nicht gespielt. Polter Rhein, den kennt er aus Bochumer Zeiten, da hat er sich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr versprochen, also am Sonntag, ne? Am Sonntag, weil, also, da war ich nicht viel von dem zu sehen und, ja, da müssen wir uns langsam mal Gedanken machen. Unsere Stürmer, weiß ich nicht, die sind entweder, sind die zu langsam oder die werden nicht gut bedient. Jetzt habe ich gedacht, mit Karamann, jetzt kommt mal einer, der ein bisschen Schwung reinbringt, hat doch mal fünf, sechs Minuten gehabt, fand ich. Da waren auch ein paar gute Ansätze gewesen und dann auf einmal wieder so, wieder in unserem alten Trott reingefallen, wieder alle zu weit weg von ihren Leuten. Und man muss wirklich sagen, die Freiburger haben eine tolle Mannschaft, das, ich war am Donnerstag, habe ich die gesehen, bei ihrem Pokal, da waren, da habe ich gedacht, die geben nicht auf. Die haben bis zur 88. Minute waren die einzelnen Rückstand gewesen und haben immer wieder Gas gegeben, immer wieder Gas gegeben, um das Spiel nicht zu verlieren. Und man sieht schon, den Streich hat ja auch in der Pressekonferenz gesagt, es sind alles Leute aus Freiburg. Die Jungs, die da arbeiten in Freiburg, sind auch alles Freiburger Jungs, die in der Jugend gearbeitet haben und, und, und. Und das sieht man auch, die verstehen sich auch alle gut. Und bei uns ist es leider immer noch so, dass wir auch viele Leute von anderen Vereinen geholt haben, die über uns nicht funktionieren. Und da sollte unser Verein mal langsam drüber nachdenken. Wir haben genug gute Jungs hier in unseren Reihen und da gibt es sicherlich den einen oder anderen, der auch dem Verein helfen kann. Das große Problem ist ja, das haben wir auch schon öfter besprochen, dass wir nicht in der Lage sind, über die Außenpositionen zu kommen. Es gibt kein Hinterlaufen, es gibt kein Dribbling, wo einer vorbeikommt und flankt gut. Und da hängt natürlich, ob das ein Polter ist, ein Terrode, egal wer das ist, da hängen die in der Luft. Und wenn wir da nicht hinkommen, wird es für uns ganz schwer, Tore zu machen. Das hat man gesehen, man kriegt nicht viele Chancen in der Bundesliga, bei weitem weniger als in der zweiten Liga. Und wenn wir da nicht hinkommen, da ist ein Terrode und ein Polter ihre Stärke und das findet nicht statt. Und auch weder über links, nur über rechts, von hinten kommt auch zu wenig. Und ja, dann verließ du die Spiegel, dann stehst du da, wo du stehst. Also ich hätte mich auch gestern sehr darüber gefreut, wenn sie den Sanem eingesetzt hätten. Der hat sich, glaube ich, 20 Minuten lang warm gemacht, der Junge. Und ich habe ihn auch so ein bisschen beobachtet, weil wir sitzen ja hier oben in der Loge und da habe ich mir dann... Und da habe ich so gedacht, Mensch, schmeiß den doch einfach mal rein. Tu dir doch mal einen Gefallen. Dann setzt er sich hin und Latzer kommt. Aber vom Latzer wissen wir, was der Latzer kommt. Der Latzer ist ein guter Abwehrspieler im Mittelfeld, der auch nicht schlecht ist. Ja, aber so einen jungen Kerl, den musst du doch mal reinschmeißen. 10 Minuten, 20 Minuten, dass der mal Bundesliga schnappt. Ein bisschen Bundesliga in der Nase kriegt. Aber wenn er sich da wieder hinsetzt, dann zieht er so ein Gesicht und sagt, ja, was soll ich? Ja, mehr als wahr machen kann ich mir nicht. Und das ärgert mich auch schon wieder. Das ist einfach, weil ich mich darüber ärgere, dass man die Jungspieler in so einem Spiel nicht reinschmeißt. Ich frage mich auch nicht, warum das nicht passiert. Ja, vor allem ist es so, er spielt auf dieser Position, auf der Außenposition. Da spielt er in der U19 ja auch. Und ich glaube auch, dass er ein schneller Mann ist. Und ich denke mir mal, dass er sich auch mit seinem Bruder, dass er sich unterhalten, und wenn er mal reinkommt, dass er mal was riskiert, dass er sich mal was zutraut. Und wenn über die Außenpositionen nichts kommt. Wäre er nicht so gewesen, wenn über Außen nichts kommt, weder vom Abi noch von Erben, noch von Irgendein, dass ich im Spiel zwei, drei Tore hätte machen können. Nein, da muss was kommen. Du musst als Mittelschirmer gefüttert werden. Und wenn da nichts kommt, dann schießt du keine Tore. Das muss mir nur einer erklären, wie das gehen soll. Das ist das ganz große dann. Ja, da muss Thomas Reis natürlich daran arbeiten, dass sich das verbessert. Wir haben gesehen, was er mit Bochum geschafft hat. Da war eine große Kompaktheit in der Abwehr und aber auch ein mutiges nach vorne spielen. Und das braucht Selbstvertrauen. Das war jetzt die siebte Pflichtspiel-Niederlage in Folge. Selbstvertrauen ist was anderes. Freiburg spielt die beste Saison ihrer Vereinsgeschichte. Erstmal in ihrer Vereinsgeschichte im Europapokal-Achtelfinale. Die kommen natürlich, und das hat man gesehen, in all diesen Szenen mit einem ganz anderen Selbstvertrauen her. Haben eine bessere Grundordnung, haben ein besseres System. Da läuft einfach alles. Du kannst jeden da reinschmeißen. Wenn du drei Leute rausnimmst und drei wieder reinbringst, ist die Qualität genauso. Und das finde ich an einem Verein, die über Jahre ja auch rumgeplatschert sind in der Bundesliga, dass die jetzt auf einmal so etwas hingekriegt haben. Das muss man im Streich sagen. Das hat er hingekriegt. Und das haben die alle hingekriegt. Komischerweise. Man muss ihm erst mal ein bisschen Zeit geben auch. Die Leute muss er ja kennenlernen. Und dann muss irgendwas kommen. Es sind noch zwei Spiele bis zur Pause. Drei, noch eine englische Woche. In Bremen gegen Mainz und gegen Bayern München. Du bist ja schon so weit hinten. Die anderen gewinnen auch. Wenn du siehst, wie Augsburg in München gespielt hat, oder die anderen Mannschaften auch. Auch die Bochum sogar gegen Frankfurt und gegen Union Berlin gewonnen. Und wir gewinnen kein Spiel. Da kommst du nicht hinten raus. Ich hoffe, sie lassen sich was einfallen. Die Heimspiele müssen ja auf jeden Fall mal punkten. Ich habe auch immer gesagt, wenn du nur einen Punkt holst. Einen Punkt ist mir lieber, als wenn du wieder mit leeren Händen dastehst. Vor allen Dingen auch für ein Selbstvertrauen. Das Selbstvertrauen geht ja immer mehr flöten. Die glauben ja schon gar nicht mehr, dass sie zu Hause gewinnen können. Das ist so ein bisschen wie wir hier diese Szene hatten hier mit Corona, wo wir auch, ich weiß nicht, wie viele Spiele nicht mehr gewonnen haben. So habe ich jetzt das Gefühl, fängt das schon wieder so ein bisschen an. Also der Reis muss jetzt ganz schnell eine Mannschaft zusammensuchen und die Mannschaft auch mal spielen lassen. Und nicht so wie vorher, mal rein, mal raus, der rein, der rein. Einfach jetzt spielen lassen und einfach daran glauben, dass die Mannschaft das schafft. Ich denke mal, dass dann noch genügend Zeit da ist. Es ist nicht schon, sagen wir mal, spät in der Rückrunde. Dann ist noch genügend Zeit da. Und ja, die Tugenden, die du brauchst, um da rauszukommen, so sehe ich die nicht, wie es sein sollte. Dass du Gas gibst ohne Ende. Dass du in die Zweikämpfe gehst. Und nicht, wie wir schon in der Vergangenheit gesehen haben, dass wir den Gegner erlassen. Wir haben es ja auch angesprochen, auch beim Pokal gegen Hoffenheim, wo wir zugeguckt haben mit neun Mann hinten und die hatten sechs Mann und konnten in die Gasse spielen, in der Gasse laufende Kantone machen. Das darf einer Mannschaft nicht so oft passieren. Das ist uns zu oft passiert. Und wie gesagt, auch Fehler, egal von wem das ist, die müssen vermieden werden. Aber wenn du immer Fehler machst, die zu Toren führen. Und du musst hinterherlaufen. Das ist verdammt schwer. Ja, gestern haben wir gesehen, das fand ich jedenfalls, in den ersten zehn Minuten hat die Mannschaft versucht, auch eine gewisse Härte reinzubringen. Aber das ist alles als voll gepfiffen worden. Unter anderem, weil Polter teilweise auch zu offensichtlich gemacht hat. Da wurde immer gegen den entschieden und gegen alle anderen aber auch. Und dann irgendwann verpufft das dann wieder. Ja, wenn einer vorbeigeht und ich halte ihn fest, gibt es sofort gelbe Karte. Warum? Im Mittelfeld. Dann hast du ihn da laufen. Genügend Leute noch da, die den aufnehmen können. Da hole ich mir keine gelbe Karte. Das hat mit Dummheit zu tun. Und wenn es mal sein muss, ja, das kann man sein, dann läuft durch, dann halte ich ihn mal fest. Dann gibt es eine gelbe Karte. Aber doch nicht im Mittelfeld. Da hole ich mir keine gelbe Karte. Da bin ich dabei, da jage ich den hin und dann ist gut. Aber da kann er nichts mehr machen. Wenn die die gelbe Karte hat, was kann ich denn da nur machen? Dann müsste ich ihn laufen lassen. Interessante Frage. Der Horst Held wollte ja vor neun Jahren, also 2013, Christian Streich nach Schalke holen. Ist da hingefahren, hat ihm da die Idee vorgestellt, hat gesagt, bitte, denkt drüber nach, wir wollen nicht haben. Glaubt ihr, dass jetzt funktioniert? Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass er in Freiburg sich ganz wohl fühlt. Das merkt man ja auch. Und auch in dem Verein natürlich jetzt nicht alleine das Sagen hat, sondern ich glaube, da ist eine ganze Gruppe bei und die werden auch öfter mehr besprechen, als wir alle wissen. Davon bin ich fest überzeugt. In der Pressekonferenz hat er ja gesagt, bei uns sind alles Ehemalige dabei und wir diskutieren auch oft und, und, und. Und wir sind ja jetzt den Schritt, den sie eigentlich machen wollten, nach oben. Den haben sie jetzt geschafft. Nach langen Jahren, aber es hat funktioniert. Aber der hat das in die Hand genommen, mit Sicherheit, und hat das immer weitergeführt. Wer da dabei ist, was lässt man überhaupt nicht, vom Verein schon mal gar nicht, dass da sich jemand einmischt. er führt das Ruder und es ist ja nicht nur seine Mannschaft, auch die Amateure, die U23, die spielen auch ziemlich hoch. Ja, jetzt weiß ich, weiß ich nicht, wie die U19 im Süden da stehen. in der dritten Liga, ne? Ne, die waren es, glaube ich, die sind nicht mehr in der dritten, ne? Der kann ich jetzt nicht sagen. Also die U19 ist natürlich in der Bundesliga da unten. So kommt mir das vor, hat er alles im Griff und lässt auch keine... Ja, und vor allen Dingen, Klaus, er lässt auch mal junge Spieler spielen. Ja, der gibt denen Selbstvertrauen und sagt, du, spielt mal. Und das finde ich auch gut. Weißt du, das schätze ich unheimlich an den Mann, weil ich glaube einfach, dass er erkannt hat, dass er mit den jungen Spielern, die sich so langsam ranführen, dann auch ein bisschen Selbstvertrauen kriegen für die Bundesliga und dann auf einmal natürlich geht der Schuss so schnell nach oben, wie geht nicht mehr. Man muss ja, wenn man das sieht, welchen Erfolg die Freiburger hatten, was sie erreicht haben bis jetzt schon, da muss man Hut von ziehen. Und das hat mit diesem Namen Streich zu tun. Nichts anderes. Ja, und dass es eben, der Unterbau so gut funktioniert, und die anderen Personen da auch schon, wer weiß, wie lange dabei sind, Seier, Hartenstein und so weiter, die da im Hintergrund stehen, die keiner kennt außerhalb von Freiburg, die aber auch seit zehn Jahren schon da sind und mit ihm zusammenarbeiten. Er hat ja auch Spieler dabei, die schon in der Jugend unter ihm trainiert haben. Und das ist einfach eine runde Geschichte. Und er hat ja, da ist er ja ganz fair und in der Draufsicht, der mag ja Schalke, hat ja schon oft genug gesagt, wie toll er das Ruhrgebiet und gerade Schalke 04 findet. Aber er sagt auch, bei uns ist es natürlich viel einfacher zu arbeiten. Bei viel, viel ruhiger. Und er ist ja schon abgestiegen mit Freiburg, so ist es ja nicht, dass er seit zehn Jahren oder seit er da ist, immer in der Bundesliga gespielt hat. Er ist abgestiegen und die haben aber trotzdem, der Verein hat zu ihm gehalten, weil sie genau wissen, wie arbeitet der, wie tickt der. Und hat es immer wieder geschafft, aufzusteigen und hat jetzt diesen Erfolg. Und ich gönne das, weil ich wirklich sagen muss, die machen eine tolle Arbeit da in Freiburg und man liest da keine Skandale, kein gar nichts. Und das ist das Schöne dran. Ja, insgesamt sind die eben in einer anderen Schublade als wir. Bei uns muss was sein, da muss Theater sein, da muss Chaos sein. Und damit sind wir bei der letzten Woche, wo es natürlich kein Chaos war, weil Chaos ist, wenn alle Strukturen zusammenbrechen. Nicht, wenn einer geht und ein anderer kommt, wie es passiert ist, aber wie habt ihr das mitgekriegt, war schon eine riesige Überraschung, als die Meldung kam, was zu Ruven Schröder ging. Wissen wir ja nicht. Ich weiß nicht, warum Ruven Schröder... Der Peter Knäbel hat es ja mehrfach erklärt und hat gesagt, Ruven ist zu ihm gekommen, schon vor Wochen und hat gesagt, er kann nicht mehr. Er schafft das nicht mehr. Er kann nicht mehr. Und dann hat er ihm gesagt, komm, mach mal ein bisschen Pause. Das heißt, vielleicht geht es dann besser. Ist er krank? Oder warum? Wenn du jetzt mehr gehörst als wir. Ja. Wenn er krank ist, verstehe ich das. Und wenn er nicht krank ist und er haut hier im Sack, dann verstehe ich das nicht. Dann hätte er am Anfang an der Saison sagen müssen, ich plane das nicht. Ich lasse einen anderen Plan. Ja, ich bin körperlich nicht in der Lage. Dann hätte ich gesagt, okay, alles klar, ist super, fahr nach Hause, nach Mainz. Wo auch immer. Ja, aber ich lasse ihn doch nicht jetzt groß planen und dann irgendwie, es läuft nicht, bumm, und schon springt er ab. Und das finde ich irgendwie nicht richtig. Verstehst du? Aber wenn du siehst, wie viel Begeisterung er dabei war. Wenn einer krank ist, verstehe ich das. Aber nicht, aber nicht, ich verstehe es nicht, wenn es darum geht, ja, sein Gesicht zu wahren und zu sagen, oh, wenn ich absteige, kann ich als Manager da oder da keinen Job mehr kriegen. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Finde ich nicht gut. Ich finde, ich finde, wenn ich das mache, dann bleibe ich bis zum letzten Tag. Wenn ich nicht krank bin, und das sage ich nochmal, wenn er krank ist, habe ich sogar große Verständnis für, wenn einer krank ist, aber wenn er nicht krank ist, Schiff zu verlassen, tut mir leid, das ist ein Beierer im Gehör. Also wenn du siehst, mit wie viel Energie er sich da reingehauen hat, in der ganzen Zeit, in der er hier war, wir haben alle gesagt, er ist der entscheidende Mann gewesen für den Aufstieg. Wenn du gesehen hast, wie eng er da dran war. Ja, aber das sehe ich nicht so. Ich sehe auch, dass Büsken das auch gemacht hat. Es ist nicht der alleine gewesen. Es ist nicht alleine Schröder gewesen, mit dem wir aufgestiegen sind. Ohne die Trainer hätten wir das auch nicht geschafft. Nein, aber wenn die Gramozis da gelassen hätten, wären wir auch nicht aufgestiegen. Ja, also. Ja, ich habe, ich habe, da haben wir auch drüber gesprochen. Ich habe gesagt, nach dem ersten Spiel gegen HSV, habe ich gesagt, der erlebt den Aufember nicht. Weil so wie da gespielt worden ist, kann man nicht Fußball spielen. Und Schalke, schon mal, Schalke schon mal gar nicht. Und Gott sei Dank ist es dann so gekommen, dass eben der Mike Büsken, der übernommen hat, und Mike hat das gut gemacht, aber nur einfach zu sehen, dass er dann sagt, da ich möchte nur der Hermann Gerland von Schalke werden, da war ich ein bisschen enttäuscht. Weil wenn ich mit der Mannschaft aufsteige, und die wissen, wie ich ticke, und ich weiß ja, wie die Mannschaft, dann bleibe ich dabei. Und das habt ihr nicht getan. Und jetzt haben sie einen neuen Trainer gehabt, der ein Abstiegstrainer war, der ist auch abgestiegen mit mehreren Vereinen. Und auch die Art und Weise, wie wir gespielt haben, und jetzt kommt ein Trainer, der es im VfL Bochum geschafft hat, in der Bundesliga aufzusteigen, zu bleiben. Und jetzt wird man sehen, was bei rauskommt. Ich hoffe, er hat ein glückliches Händchen, dass die Spieler, ja, auf ihn zuhören, dass er richtig erklärt, was er von denen will. Für unseren Verein. Das hoffen wir natürlich alle. Und die nächste Aufgabe ist, Bremen. Also klar ist, dass der größte Teil der Arbeit, den er machen kann, in der WM-Pause, in Anführungsstrichen, liegt, in der Vorbereitung, auf den Rest der Saison. Da sind ja noch zwei Spiele aus der Hinrunde. Beispiel übrigens nur, Mainz in unserer Abschießsaison hatte nach der ganzen Hinrunde sieben Punkte und ist noch drin geblieben. Also das geht schon. Das wird jetzt nicht jedem gelingen, der sieben Punkte hat. Wir hatten die nämlich auch damals. aber wir können noch ein paar Punkte kriegen, bis die Hinrunde zu Ende ist und dann ist noch was drin. Da muss sich natürlich eine Menge ändern und er hat diese Zeit eben, diese extra lange Wintervorbereitung, um all das zu implementieren, was die Bochumer ausgemacht hat. Bremen, die ist als Zweiter aufgestiegen. Wie als Erster. Bremen, und da passt das jetzt. Jetzt bin ich gespannt, wie es da weitergeht und das nächste Spiel, glaube ich, ist er in Bremen. Genau. Ja, dann schauen wir mal. Ja, aber man muss natürlich auch sagen, als Trainer, wenn du jetzt hier neu hinkommst, man muss ihm auch ein bisschen Zeit lassen, also lassen wir mal die drei Spiele und danach werden wir dann sehen, wie das weitergeht. Aber wenn wir alle drei Spiele verlieren sollten, dann wird es aber bitter, das sage ich dir. Also wir dürfen auf keinen Fall alle drei Spiele verlieren und wir dürfen auch auf keinen Fall sagen, auch Bayern München ist, boah, von denen kriegst du fünf oder sechs, sondern auch da muss man die Ärmel hochkrempeln und wir haben immer gut gegen Bayern gespielt, also warum sollen wir hier nicht Bayern auch mal schlagen? Ihr damals habt gut gegen Bayern gespielt, ja, die anderen, das ist schon ein bisschen eher, dass man hier mit denen, in die Nähe von einem Punkt gekommen wäre. Abi hat alle Heimspiele mit Schalke gegen Bremen gewonnen, aber nur einmal auswärts, das war dein erstes Spiel mit Schalke in Bremen. Du, ich glaube trotzdem, dass Bremen, da wird es schwer. Also in Bremen haben wir uns eigentlich doch immer ein bisschen schwer getan, weil, gut, es war doch früher das alte Stadion, da war es immer arschkalt, wenn man da angekommen ist, dann bist du durch den Tunnel gekommen, boah, da hast du schon wieder, hallo, was ist denn hier los, ja, arschkalt war das immer, immer war immer kalt, auch im Sommer. Ich weiß nicht warum, auf jeden Fall, ich habe mich nie wohlgefühlt. Kommt von der Weser rein. Ich kann mich gut erinnern, als Norbert Ding war, den Ball weggeschlagen hat, das ist 10 Meter weiter, ist er runtergekommen, genau oben, da bin ich stehen geblieben in der Luft, weil es so windig war, ja, das war, und dann in der zweiten Halbzeit, haben wir eigentlich mit Wörter gespielt, und haben wir verloren. Dieses 1 zu 0 habe ich deshalb angesprochen, weil es da den kuriosen Wechsel gab, den es, glaube ich, sonst nie wieder gab, dass du für ihn eingewechselt wurdest. 36. Minute, Fischer raus, Abramczyk rein. Ja, verletzt offensichtlich, hat wahrscheinlich der Oberschenkel zugemacht, und dann kommst du rein, dann hatten wir gar keinen, Ivice hat mich nie ausgewählt. Ja, 75. Ja, da muss ich verletzt gewesen sein. Ich muss verletzt gewesen sein, da kommt Abi rein, dann habt ihr mit Erwin Krämers, Abi Hannes Bongerts, also irgendwo hat er keine Bindestürmer mehr. Ich habe auch zu Griebich ja gesagt, wie der mich einsetzen wollte, da habe ich gesagt, um Gottes Willen, nicht für den Klaus, also nicht für den Klaus, ja, aber, kannst du mal sehen. Doch, hat er gemacht, und ihr habt 1 zu 0 gewonnen, ne, Aki hatte vorher schon das Tor gemacht, ihr habt schon 1 zu 0 geführt, bei dem Wechsel. Dann warst du doch verletzt, oder irgendwas, da konnte ich nur verletzt gewesen sein. ich kann mir nur, weil da war, irgendwie hast du was gehabt. Weil, das gab es noch nicht, dass ein Trainer dann gesagt hätte, in der 36., wir führen jetzt seit 8 Minuten, jetzt mache ich mal hinten dicht, nehme den Mittelstürmer raus, und bringe den Mittelstürmer. Achso, 36. Minute, ja, da warst du verletzt. Da habe ich bei einem Turboantritt, bei einem Turboantritt, habe ich mir eine Zerung geholt. Was ja auch nicht oft passiert ist, dafür, dass du so oft angetreten bist, warst du selten verletzt. Ab und zu habe ich mal eine Zerung, Muskelfaserriss habe ich nicht gehabt, weil bei einem Muskelfaserriss musst du länger aussetzen. Und ich habe oft, wenn ich mir eine Zerung geholt habe, habe ich auch da später wieder gespielt. Ja, weil du zu früh ins Bett gegangen bist. Da bin ich in der Saarlouis gefahren, Professor Hess, hat mir eine Spritze gegeben, und habe das getan, was er gesagt hat, probiert am Freitag, und dann habe ich Samstag gespielt. Nur in München, wo wir 7-1 verloren haben, da nicht. Da habe ich nicht gespielt. Sonst hätten wir auch nicht 7-1 verloren. Stimmt, hätten wir 7-2 verloren. Da konnte ich nicht spielen, habe ich morgens getestet, und ging nicht. was sonst? Getestet, ey, Bayern, getestet. Geht doch noch nicht. Ja, da könnte ich auch noch in Bremen, jetzt auswärts, dann könnte ich auch noch einen Schwenk aus meiner Jugend erzählen, ausnahmsweise. Erzähl mal ein. Ich habe, was ich gerne gegen Bayern gespielt habe, bei 60 München, da haben wir 4-mal gegen Bayern gespielt, 2-mal gewohnt, 2-mal verloren. mit entscheidendem Tor, frage ich nicht, wer das gemacht hat. Du? Erzähl mal, was war gewesen? März 1980. Ja. Kumpel und ich, ich war 18, wir hatten kein Geld, 5 Mark. Damals kostete ja eine Karte, Schüler-Jugendkarte, so kostete irgendwie 5 Mark. Aber um nach Bremen zu kommen, wir wollten das Spiel trotzdem gerne sehen, haben wir uns überlegt, wir stellen uns hier an der A2-Auffahrt in Gelsenkirchen, Schal um und halten den Daumen raus und gucken, ob uns einer mitnimmt. Einer wird ja zum Spiel fahren. Zack, hält er so ein BMW an, so ein Dreier-BMW mit Spoilern und so, da drin, ziemlich junger Kerl mit seiner Perle und sagt, ja, wir fahren nach Bremen, steigt ein. War noch Zeit genug. Und dann fängt es an zu regnen, wie bescheuert. Und der Typ, hatten wir gelernt, hat den Wagen am Morgen gekriegt und hat auch gerade erst Führerschein gehabt und ist dann wie eine besenkte Sau durch diesen Resen. Also dieses Datum, 14. März 1980, hätte auch gut auf meinem Grabschein stehen können. Da waren mehrere Situationen bei, wo wir so ins Schleudern gekommen sind auf der Autobahn und die Perle hat die nicht mehr angefeuert. Guck mal, wie viel der drauf hat bei 180 noch. Guck mal, wie viel der drauf, wir von hinten immer, sag mal, hör mal auf, jetzt hier fahren wir vernünftig und so. Das war unfassbar. Aber da muss man dem Fahrlehrer gratulieren, der ihm das beigebracht hat, das Autofahren. Ja, es war immer nur so knapp. Und dann haben die, zwischendurch mussten sie dann noch in Wildeshausen raus ein Schnitzel essen für 16,80 Mark. Wir saßen daneben, ja, nichts, wir mussten ja die 5 Mark sparen für die Karte. Dann sind wir noch eine halbe Stunde zu spät gekommen, das stand schon 3.0 gegen uns. Wie lange machen wir die Sendung? Jetzt hast du zum ersten Mal was Schönes erzählt von dir. Sonst erzählst du ja immer von uns beiden und wir stehen dann immer hier und wissen gar nicht, was verantworten soll. Jetzt hast du mal was richtig Schönes. Ihr seid trotzdem die Dumme in der Geschichte, weil wir haben das Spiel 4.0 verloren, für das ich beinahe gestorben wäre. Und als wir ins Stadion kamen, stand schon 3.0 gegen uns. Dann in der zweiten ab, dann hat er 4.0 und dann kommt man wieder nach Hause und guckt mit dem Bekloppten. Da war ich noch gar nicht auf Schalke. Da war ich noch gar nicht auf der Welt. Euer letztes Spiel zusammen gegen Werder Bremen war das. Na gut. Aber habt auch verdrängt, ist ja auch bei solchen Ergebnissen ganz okay. Was machen wir da jetzt am Samstag? Ja, Samstag? Also du kannst ja nur hinfahren und probieren nicht zu verlieren, sage ich mal. Weil wir sind nicht in der Lage, jetzt sage ich mal sofort so eine Bremer Mannschaft an die Wand zu knallen. Also das glaube ich nicht. Aber wenn wir gut stehen, so wie in der ersten Halbzeit, meiner Ansicht nach in Berlin, da standen wir richtig gut. Und wenn wir das wiederholen können, kann ich mir gut schon was vorstellen, dass wir da was holen in Bremen. Wir sollten es. Ja. Übermannschaft ist Bremen nicht. Wir haben es ja gesehen, in der zweiten Liga, die hatten nicht viele neue Spieler da. Aber wir müssen höchst aufpassen. Und wie gesagt, das muss ich immer wieder sagen, du darfst keine so großen Fehler machen. Da gewinnt sie kein Spiel. Alles klar. Also bleiben wir fehlerfrei und treffen uns dann nächsten Montag in bester Laune und mit... Wahrscheinlich müssen wir noch nicht ganz genau mal Montag machen, weil wir am Mittwoch das Spiel haben. Müssen wir da nochmal besprechen. Was wäre die Alternative? Donnerstag. Das war jetzt zum ersten Mal, Leute. Hier live auf Sendung. Donnerstag. Ja, wir müssen... Das soll beide Spiele abhandeln. Ja. Vor dem Bayernspiel. Diese englische Woche. Ja, grudig, sag mal. Auch ein Plan. Ja. Wir werden euch informieren. Informieren. Übers Internet. Der Abi hat Ideen, du. Das gibt's doch nicht. Klaus Fischer. Du musst schon mal was Neues machen. Rüdiger Bramtschick. Der Legenden Talk. Und unser Freund Jörg. Trotzdem mit guter Laune. Danke, tschüss und Glück auf. Glück auf. Tschüss. Glück auf.